Heute Abend findet das 27. Handshowdown-Turnier statt. Also wenn ihr Bock habt mitzumachen, einfach auf Twitch einschalten. 1049 heiße ich dort, 1049.de, wie hier auf YouTube. Einfach 1049 eingeben in der Suche auf Twitch und da findet ihr mich. Und ab 19.35... So ein Quatsch. Ab 19.45 erkläre ich dann alles, wie das funktioniert beim Turnier. Ist ganz easy und es gibt auch was gewinnen. Es gibt einige DLCs, es gibt Playstation-Guthaben. Es können übrigens auch Playstation-Spieler und Xbox-Spieler mitmachen. Was ganz Besonderes. Und einer der Teilnehmer kann ein Tablet gewinnen von dem lieben Doc Banta gesponsert. Das ist schon das Zweite, was er gesponsert hat. Nochmal vielen, 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 vielen Dank, lieber Doc Banta. Heilige Makrele, Sensationen, kein Zweifel, kein Nein. Für 1049 und seine Welt wird das Streaming immer sein. Ein Zopfen ist wie ein Streamer, der alles geht, nicht nur ein Stück. 1049, der Streamer mit Nein schaffen. Ja, da war der Dinge.